Da würde ich gerne noch ein bisschen mit dir quatschen, wenn du Bock hast. Auf jeden Fall, ja. Wir beobachten von hier weiter. Ich bin da voll meinem Bauchgefühl gefolgt. Und irgendwie hat es mich gefuchst bei Philippe. Aber was ich schon gemerkt habe ist, auf mich bin ich so ein bisschen desinteressiert, ehrlich gesagt. Findest du? Ja. Ich bin bei dir. Echt? Das war so schwierig einzuschätzen. Bei dem Eingespräch, wo wir in dem Zimmer waren, wo die Luft dick war. Ich habe dich irgendwie so mysterious kennengelernt. Das fand ich spannend am Anfang. Und dann haben die anderen Jungs aber halt krass aufgeholt. Da habe ich dir doch auch gesagt, ich finde, du bist ein bildhübscher Typ und du bist interessant. Ich habe dir halt auch gesagt, du kommst halt irgendwie für mich nicht in die Pötte hier. Was hast du mir dann gesagt? Ich würde das richtig gerne machen. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt angebraten ist oder nicht. Dann mache ich mir mega viele Gedanken einfach. Ich würde auch richtig gerne küssen, weil es immer so schwierig dann einfach das einfach zu machen. Oder weil willst du es, willst du es nicht? Oder das ist immer... Ich würde gerne machen. Oh, there is a kiss. Oh, not bad. So ein kleiner Schlag ins Gesicht ist es schon gewesen. Auf jeden Fall. Das war so überraschend, dass man auch kurz mal schlucken musste. Ja. Die haben nämlich da ordentlich geknutscht, ja. Ich glaube, da hat sich auch so eine erotische Spannung in dem Moment aufgebaut. Gerade weil die Konfliktsituation da war. Ja, Fabian ist schon ein guter Küsse. Mach du es auf mehr. Hört sich aber gut an. Ne? Ja. Okay, jetzt habe ich wenigstens mal so eine Hürde in der Woche. Boah, jetzt finde ich es einfach mal einen Schritt gemacht. Boah. Aber schön. Ich hoffe, wir haben noch mehr Zeit miteinander. Dieses, ich bin keiner von vier bla bla bla. Einfach machen. Machen, machen, machen. Deswegen war das einfach für mich so dieses, oh, machen. Ich will küssen. Ich will das jetzt einfach so. Wann machst du es dann nicht? Ja, komm doch mal. Ja, komm doch mal. Das war wild. Da frage ich mich, wonach das ausgewählt wird. Oder was dann in dem Moment quasi ausschlaggebend dafür ist. Weil ich jetzt schon mehrere Male mit ihm gesprochen habe und auch schon mit ihm geklutscht habe. Dass es dann er ist und nicht ich. Ja. Krass, jetzt kommt er mal aus sich raus hier. Ja, jetzt ist das alles so gebrochen. Okay. Aber es ist schön, fühlt sich gut an. Mh.